Yay! Huh? Gib, 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 gib! Ah! Inkompetent! Hallo, willkommen zu Let's Play GTA Online! Da hat schon jemand das Intro geklatscht, aber das ist mir jetzt scheißegal, es geht jetzt los, der Final. Heißt, Kap 10, mit TGW, also Ganesha, Markus und Tobi. Hallo! Psch! 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 Anyway.. I'm told they put a price on the professor's head, so, we got a move! Now! Is that clear? Can we get going? Alright, and remember, the professor's paying you. Not me! Not me at all! So keep him alive! Based on this inmate transfer schedule, Balling Broke are expecting a new arrival. One of you is going to intercept the transport, make sure it doesn't get there. The two of you are going to be taking our prison bus and making your way into the facility in its place. You'll be playing inmate and guard. Stay in character as long as it's useful. Then make your way to the rooftops. I'll get on the radio and give you a path to the prop. Meanwhile, the pilot will have picked up the plane and be waiting on the evac in the air. Whoever stole the bus will be bypassing the prison and torching it somewhere discreet. After that, it's just a matter of getting your guy out of the clink and getting him onto the plane. Everyone flies out of there except for the bus, the professor Reschkowski takes control of the plane. The three of you on board take a jump. The professor is out of US airspace and reunited with his precious car. Simple. Should be the easiest money you'll ever get. Speak soon. Yes, yes, yes. Good. Oh, yes. Let's go back to the table. Yes. So, David is the häftling that's passed, yes? Tobi. Warum bin ich Sprengmeister? Ich hab nicht mal was zum Sprengen. Tobi ist der Pilot. Warum kriegst du 55 Prozent? Ich bin der Wert. Weil er hat das noch nicht geändert. Nein, weil er hat einen anderen Sachnix bekommen. Erstens das und zweitens habe ich 40.000 Startgeld bezahlt. So was aber auch. Ja, es geht sich genau aus. Wenn man von meinen... Nein, geht es sich nicht. Komplett nochmal Mathe für den David. Ich hab meinen Nachnamen gesagt. Na super. Ja, da gab's jetzt... Zu David und... Ja, jetzt muss ich das nochmal piepen. Ja, super. Ja, musst du nochmal. Ja, wenn ich jetzt nochmal David sagen würde, müsstest du nochmal David... Pass auf, dass ich mich gleich wieder aus TS werfe. Pass auf. Würdest du Spaghetti auch piepen? Nein. Okay, es radelt so Letzi Spaghetti. Muss ich der Flieger sein, Alter. Als Pilot. Warum muss ich der Sprengmeister sein? Warum bin ich hier? Warum bin ich hier? Ich hab genug zum Sprengen. Das macht keinen Sinn. Okay, Tegar, wir tauschen wir, weil ich hab genug zum Sprengen. Sehr viel. Ich hab auch noch genug zum Sprengen. Ist es okay, wenn ich das jetzt einfach so lass? Was? Und Geld her meinst du, oder was? Ja. Nee, ist falsch. Also ich bin dafür, dass ich 400.000 bekomme. Ja, 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 ja. Ich bin dafür, dass irgendjemand mit mir tauschen würde ich nicht wert aus sein. Ja gut, dann tausche ich mit dir. Wie kann man tauschen? Das musst du David, glaube ich, einstellen können. David, do your thing. So. Wollte ich wirklich Pilot sein? Nur so als... Da tauschen Doby noch mit dem DGW. So, Jakob, dann machen wir das so. Mhm. Ja. Warum? Bleiwärter? So. Okay. Ich bin der Pilot, okay. Ja. Du schaust doch schick Doby. Ja, du hast einen Controller, dann wird das besser gehen. Ja, ja. Also landen musst du ja nicht, du musst ja nur fliegen. Ah ja, dann geht's ja noch. Und dann musst du rausspringen. Warte, ich muss doch bereit sein. Geht. Let's go. Gut. Dann würde ich sagen, los geht's. Finale des ersten, letzten, zweiten Halbz. Äh, heißt's. Halbz. Hm? Warte mal, was bin ich jetzt eigentlich? Häftling. Ich bin ein Cargobob. Ein Cargobob. Rett. Brauchen wir nicht mal Maske nehmen. Ich bin Polizist. Ich bin sehr sicher der sexy Polizist, älter. Und ein toller... Ich bin der Bob. Die häftlichen Vergewaltigung. Ja. Wurste einen großen Schlagschug raus. Let's go! Ich glaube, wir müssen jetzt... Wir mit dem... Steig in die Velum. Was ist denn ein Velum? Das ist das Flugzeug. Was ist denn ein Flugzeug? Warte, muss ich den... Das ist ein großer Fan. Ich will ja... Ich will ja jetzt den Bus abholen. Einmal Achtung. Ich will ja, wir müssen so'n Bus, ähm... Hä? Der richtige Terrorbeschalter, der den eigentlich hinmüßt, den müssen wir abfangen. Müsst ihr jetzt das gleiche machen? Warte. Nein. Also ich muss zum Gefängnispus. Ja. Ich muss auch zum Gefängnispus. Hast du dir das mal klären? Darf ich? Was ist? Ich will ja den Gefängnispus markiert. Ja. Ja, dann fahre ich dir hinterher. Musst du Markus auch zum Gefängnispus? Ich muss zu einem Gefängnispus, aber fang den planmäßigen Gefängnispus ab. Hol den Gefängnispus. Okay, ja, also wir müssen den geklauten holen und du musst den jetzt abfangen. Ja, du musst den aktiven holen, ja. Genau. Aber meiner bewegt sich nicht. Faktier das auch jetzt nochmal. Dabei bewegt sich meiner noch nicht. Also ja. Hoffentlich muss ich ihn nur zerstören, das wird einfach gehen. Ja, du musst ihn nicht nur zerstören. Hoffentlich muss ich ihn nicht abfangen. Ja, du musst ihn wahrscheinlich abfangen. Du musst ihn abfangen und dann zerstören. Das kann ich nicht einfach abfangen. Das wird so viel einfacher. Ich muss ihn vorsichtig abfackeln. Aktenwerfer oder einfach. Granate. Irgendwohin aus der Welt. Wieder Sprengmästrigmusik. Geil. 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 Komm. Geil. 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 Blüter Kleine David, schon müde. Ich darf nicht vergessen, dass ich das rauspiepe. Ohne Scheiß. Ja, das würde sonst lustig. Finde ich. Ey, was musst du rauspiepen, dass David... Alter, ich verstehe. Such dich nicht auf Facebook, Leute. Wo wirst du hin, oder? Ich muss schreiben und gleich das ich Gas gebe. Das ist nicht so leicht. Oder musst du schreiben? Ich muss ja auch aufschreiben, dass ich den Namen rauspiepen soll. Was für Namen? Denn David... Alter, jetzt. Einmal noch und ich schmeiß dich echt raus, Alter. Ey, was... Er ist nämlich der Ganeschen mit Nachnamen. Herz-Bowl! Ja! Ey, nein, nein, das ist bei mir viel schlimmer. Ich weiß ja nicht, ob du das wirklich rauspiepst. Natürlich piep ich's raus. Ja, finde ich gut. Meinen Namen brauch ich nicht rauspiepen, ich meine, das ist Teil von mir. Ja, muss ja keiner wissen, dass das Teil ist. Jetzt weiß ich's eh schon. Da ist Tobias. Und esse keine Oliven. Ja. Ähm... Oh, Goddammit. Ja, nein, jetzt hat sich das genannt. Ja, ich wollte noch den zweiten Vornamen sagen. So, ich bin gleich endlich beim Flugzeug, ey. So macht das Spaß, rüber, rüber, zammt. Das ist mal leise. Alles leise, okay. Alter, Markus. Äh, bin ich schon. Äh, Dori. Ja? Okay, ich darf keiner... Ey, ich bin's auch, du, ey. Pssst! Ich hab's, du magst, mach nicht. Nein, ich bin schon fertig. Ich muss das auch mitfahren, oder? Ich wollte nur kurz hören, was ich machen muss. Glaube ich, weil du bist der Heftflank. So muss er entscheiden. Du bist der Pilot, oder? Ja. Okay. Bist du schon am Flugplatz? Ja, ich bin schon am Losfliegen. Okay. Weil ich muss auch zum Flugplatz. Oh, er ist am Flyen. Heute ist aber ein schöner Tag, der Busfahrer, oder? Schaut her. Also, Marc... Äh, Dobi. Keine Aufmerksamkeit erregen. Natürlich nicht. Wir fahren hier ganz... Scheißflugzeug. Super. Das ist halt ein altes... Mein Gott, wie verhält sich eigentlich der Polizist? Was musst du eigentlich machen, Ligger, wenn ich aus so einem Flugzeug bin? Ich muss das... den W-Lung zum Flugplatz von Sandy Shores bringen. In wen? Das Flugzeug. Soll ich mit meiner Waffe da reinfahren? Boah, welche... welche Radiosachen hören die denn? Gar keinen, weil... macht das... Ohne Scheiß macht das Radio aus. Ich nehm auf. Henne und? Wenn du aufnimmst, dann dürfen wir doch das Radio anhaben. Ich habe auch mit dem Dobi gerät. Ja? Und weil wir im gleichen Fahrzeug sitzen. Ja? Grüß dich doch mal. Ich darf dir zum Gefängnis, ja. Hallo, ich möchte gerne rein. Oh nein. Alter, jetzt geht's los, oh ne Scheiß. Alter, jetzt wird's ernst. Alter, jetzt geht's los. Es geht da nicht rein. Kann ich wieder zurückfahren? Schade, Alter, Alter. Ey, ich bin ganz in der Nähe von euch. Hacke im Gefängnis. Ja, wenn ich, wenn ich keinen, wenn ich... Fahr! Oh, da steht einer. Fahr! Achso. Nein, nein, ich verstehe dich. Na los, okay. Los, warum piept das? Weiß nicht. Weiß piept. Ganz, ganz, ganz... Ganz normal. Verlangsam, verlangsam, verlangsam. Toll. Oh mein Gott. Park hinter den Bus. Okay. Achso. Parking nicht, oder? Arbeite dich, du nicht verzehst. Leute. Wein, Mutti. Blödsinn, mach's, schieß ich dich. Wie weit seid ihr nicht weg? Fick dich. Kann ich eigentlich reden im Spiel? Wer? Auf N. Sag jetzt mal nichts. Ey. Ich hab's schießen. Kann's mir ja nicht geben. Weiß nicht. Ich mach's lieber nicht. Alter, Slag. Ich hab mir jetzt gerade auch gelegt. Wo ist denn das Zeug? Ich will den zerstören. Sag mal, wie weit seid ihr eigentlich weg? Kann ich von nicht. WTF? WTF? Der hat mich einfach angeschossen. Ja, wir sind aufgeflogen, Jungs. Arbeite dich durch. Ja, okay, komm. Ihr habt immer so viel Zeit, nur so. Wir haben Zeit. Ja, eine Minute. Das ist kein Counter. Ja, wir sind Counter. Ja, ich hab auch nur eine Zeit von einer Minute. Was ist denn eine Aufgabe? Boom, boom, boom. Ich komm gar nicht mal hoch, Alter. Der hoch. Oh, okay. Oh, Gott, Alter. Wie weit ist denn das noch? Der Lamm. Der Lamm. Okay, dann klappt das wahrscheinlich so. Ja, aber das muss ich gleich angeschossen. Ja, gut, wundervoll. Der Timer ist auch genau. Der hat's schon drückt, der wird geschossen. Also, ist zu Ende halt. Er ist weg. Dann muss es auch weg. Aber das ist weg. Der Timer ist von mir. Oh, ich darf nur eine Zeit loslassen. Ich schiebe mich nicht ab, du weißt. Muss ich dann schieben. Ich hab nämlich keine große Waffe. Oh, die wollen jetzt mich abschießen. Ah, jetzt geht's. Ja. Ja, genau, ich muss dich beschützen. Ich muss mir jetzt den Shopper holen und dich beschützen. Gut. So, ich muss Sachen oder so. Ob das in der Gefängnis. Wo muss ich jetzt hin, Alter? Schau mal mit der Scheiße hier abgehauen. Ähm, wir müssen den roten, grünen, blauen... Wir müssen zum blauen Gr... Ähm, blieb... Alter, ich hab fünf Sterne. Ja, ich komm, ich helfe dir schon. Ich helfe dir schon. Wir müssen zum blauen Ring. Hilfe, rette mich. Hilfe, versuch's. Ich muss noch zum Shopper. Der ist weg unter mir. Dann geht der mal runter. Über mir. Ähm, rechts, links, oh, oh, unten. Ich krieg einen Buzzard. Ja. Oh, lol. Gere, du guckst... Mann, wie? Steck raus, steck raus. Nein, nein. Ich bin schon da. Oh, 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 oh. Steck, steck nach vorne. Komm schon. Nicht wegholen. Oh, 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 oh. Sie zieht sie. Oh, 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 oh. Stecker, stecker. Wo, wo bist du hier runter auch hier? Ich gehe nicht runter. Hertest du nicht. Ach, der. Ach, der. Wenn du das nicht machst. Nein, 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 nein. Bis zum nächsten Mal.